So, willkommen zurück zu einem neuen Gameplay zum antesten. Okay, Lautstärke muss ich erstmal runter regeln. So, okay, lassen wir auf Englisch, machen wir mal ein New Game. So, ich bin ein kleiner Rattenzwerg, ah, ich muss drücken. Ah, ich kann mich bewegen, hüpfen, okay, das war's erstmal. Warte mal, was war das? Okay, mehr kann ich jetzt nicht machen, aber nur hüpfen und gehen. Jo, dann gehen wir doch einfach mal hier den Weg entlang. Äh. Okay. RT. Was macht das? Oh, äh. Verschrocken, ey. Oh, cool. So. Hier ist wieder so ein Ding. Uh. Und dann? Hä? Alles klar, alles klar. Hier unten hin. Hopp. 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 So. Ah, da gibt's was zu essen. Was ist das? Da kann ich den auch wegsplashen. Donner auf den Hasen. Achso, ich muss mal. Ups. Entschuldigung. Ich fand das schon lustig. Guck mal, Wiederbelebung. Hehehehe. Wiederbelebung. Okay, keine Wiederbelebung. Nicht lustig. Alles klar. Für all die Tierfreunde unter uns. War das nicht so lustig? Boah, da ist ein fetter Hase. Kann ich mit dem sonst was machen? Nö, ich kann ihn ja nur wegplashen. Boom. Hehehehe. Boop. Okay. Kann ich im Matsch hüpfen? Oh. Ah, hier ist eine Leiter. Oh. Nicht diesen Weg nehmen. Das sind Kristalle. Aber warte mal, kann ich hier noch irgendwas einstellen? Endmenü. Ne. Okay. Was ist das? Ah. Keine Ahnung was das war. Bam. Bam. Hehehe. Aber ich kann mit dem nichts machen. Okay. Oh. Oh. Freund oder Fein? Oh, 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 oh. Gibt's auf die Möhre hier? Pass auf. Hä? Geht nicht. Ey, warum kann ich nicht? Hä? Ich kann hier kein Gewitter nutzen. Achso, weil ich hier unter dem Dingens bin, oder was? Hä? Warte. Gibt nicht mehr. Hm. Okay. Dann gehen wir mal wieder in die andere Richtung. Juchgen. Du 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 duu. einen 1 tue du du. 1 tue ich benutzen. Speicherpunkte oder was. Kannst du überhaupt nicht mehr nutzen jetzt. Meine Wolke ist kaputt. Oh mein. Oh doch. Hier klappt es noch. Vorsicht vor den Gefahren. Mhm. Oh, die Musik. Ist so extrem leise. Aber dafür. Der Blitz. Zehnmal so laut. Weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle töten muss. Aber okay. Ich laufe mal weiter. Irgendwann werde ich auch irgendwo ankommen. Lachen wir mal hier hoch. Was ist das? Bup, bup, bup. Weiter. Ich bin rot. Ah, dann ist das Wasser oben. Okay. Dann kann ich auf die Fässer. Fässer. Okay, was ist das hier? Uh, ich kann fliegen. Wunderschön. Jui. 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 Und jo. Ah. Speicherpunkt oder sowas. So, was ist das? Das ist ja zu einfach. Das ist ja zu einfach. So. Ich denke, das ist hier. Was ist hier? Hä? Dann gucken wir mal. So. Und jetzt? Gehe ich weiter? Ach so. Das ist eine Leiter. Oh, ich bin im Gebäude drin. Was haben wir hier noch Schönes? Nix. Kerzen. Bücher. Oh, wer ist das denn? Ja, ja. Bla, 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 blub, bla, blub, blub. Oh. Sicher ist eine neue Wolke. Oh. Ja, bla, bla, bla. Du hast mir sehr geholfen. Oder auch nicht. Mein Freund. Plup. Hasen zerschrotet. Kannst du dich auch zerschroten? Geht nicht. Geht nicht. Was ist das hier? Vermisste Seite. Noch eine vermisste Seite. Oh. Hm. Okay. Zack, die Zeit. Machen wir mal wieder ein Knöpfchen. Warte mal. Warte mal. Hey, hoch. Was ist das hier? Ich muss mich drüber. Das ist ein Danger-Bot. Was? Äh. Ernsthaft jetzt? Was soll ich denn das machen? Ich muss noch mal hochgehen. Noch mal gucken, was hier passiert. So. Damit geht das hoch. Und damit geht das runter. Mhm. Ups. Dann. So schnell komme ich gar nicht dahin. Ha? So. 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 Ist das jetzt der richtige Weg war? Oder ob man da was draufstellen musste? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh. Okay. Das macht mich kaputt. Gut zu wissen. Okay. Also geht es hier hauptsächlich. Hauptsächlich darum. Irgendwie. Immer wieder so kleine. Rätsel zu lösen. Wie das aussieht. Boom. Boah. In Wasser habe ich den gesmashed. Ist das krass. Kann ich den auch wieder beleben? Ich bin still eingeschraubt. Oh. Höh. Aber. Ich habe jetzt Mist gebaut. Oder kann ich hier drüber springen? Nee, kann ich nicht. Oh. Ich kann mich selber abmurksen. Ist das. Total. Aber vielleicht kann ich den auch ziehen. Ah. Siehst du. Ich habe gleich drauf kommen können. Oder? Gut. Gut. So. Was ist denn? Gib die Seite her. Die gehört mir. So. Okay. Jetzt habe ich das Ding da unten. Und dann. Nein. Bleib hier. Verdammt. Hier ist ja offen auf einmal. Okay. Oben leuchtet was. Oh. Jetzt muss ich das Ding wieder dahin schieben. Ah. Zum Glück. Schieben wir den mal hier rüber. So. Dann. Gucken wir mal. Was sich getan hat. Hat sich jetzt hier was geöffnet. Ja. Ich komme hier weiter. Ja. Ist ja nicht zu glauben. Gibt es ja eigentlich auch irgendwie so ein. Boss. Oder ein Ende. Oder irgendwie. Bäm. Ach. Hier ist eine Tür. Schranke. Ich muss dann wohl wieder hier unten. Da was drauf schieben. Äh. Ja. Ich muss schieben. Okay. Also das geht definitiv zu schnell. Nach unten. Guck mal nochmal hier drüben. Dass wir uns. Hallo. 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 Aha. Dass wir uns das hier mal darüber schieben. Und gucken ob das. Da drauf fahren kann. Aha. Perfekt. So habe ich das von mir gedacht. Und. Ja. Gehen wir mal weiter als Super Kno. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Bist. Geh schon mal mit. Vorsicht gefahren. Oh. 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 So hatte ich mir das nicht gedacht. Ich hatte eher gedacht. Das ist da. Ähm. Ja. Oh. Alter. Fast in die Stachel rein. Okay. Okay. Den habe ich doch nicht gebraucht. Oh. Das sind wieder gefährliche Dinge. Ich habe keine Ahnung. Bäm. Ob es hier irgendwie. Wirklich mal einen Abschluss gibt. Level Clear. Oder. Was sind das schon wieder? Ja. Jetzt schießt er auch noch hier mit. Huiuiui. Zoi. Juhu. Zauber. Alter. Uiuiui. So. Mach. Keine Faxen. Alter. Okay. Dann warten wir kurz. Bis er geshootet hat. Bis der geshootet hat. Bis der wieder rum ist. Oh. Ich kann jetzt. Uiuiui. Untergegangen. Bin ich nicht. Aber ja. Jetzt gibt es. Kann ich gar nicht treffen. Die Tybi. Oh. Da ist ja gar nichts zum drauf sitzen. Was bin ich denn hier? Okay. Also nochmal. Hopp. Komm hoch. Hopp. Und dann smash ich den da unten. Ja. Jetzt kann ich ja nur noch. Auf ihn drauf. Ne. Plupp. Ja. Und dann. So. Stehe ich hier. Oh. Oh. Sonst geht es gut. Oh. Oh. Ich kann hier sonst nirgendswohin. Kann nur auf hier drauf. Und dann kann ich nur versuchen. Ach. Da war was. Glück gehabt. Hier rüber. Und wieder diesen Checkpoint hier. Da. Was ist das? Mann. Hallo. Alter. What the? Selbst getötet. Okay. Ich soll nach oben. Ja. Alter. Gar nicht nett. Upsi. Upsi. Alter. Ist es hier auch noch gegen mich oder was? Wo muss ich denn hin? Äh. Ne. Okay. Auf jeden Fall. So geht das Spiel hier. Ich spiele es auf jeden Fall mal nicht durch. So. Und damit war es dann wieder mit diesem Video. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. u Musstück. Wie soll ich mit dem, Du bist da. Du bist da. So. Und dann können wir disfr jumps Leaders Roll proposере. Vielen Dank.